Was geht ab meine Freunde, hier ist euer GeniaVog und heute ist es wieder soweit, wir haben die monatlichen Belohnungen am Start. Heute bin ich alleine, weil die Kinder schlafen und wir haben jetzt schon halb 10, ja halb 10 und ich kann es natürlich kaum abwarten die Packs zu öffnen. Ich weiß gar nicht wer überhaupt da drin ist in dem monatlichen, ja wir fangen ganz 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 langsam an. Wir nehmen erstmal, ja Trikot Gold, das kann ich auch schon, ja 45k, das ist schon mal nicht schlecht. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, das Trikot können wir auf jeden Fall abstoßen und ich weiß auch gar nicht wer überhaupt bei den Roten dabei ist meine Freunde. Ja das Video wird wieder kurz und knapp, ihr kennt das ja, kurz, knapp, weg die Kacke, ja. Ich bin wirklich gespannt, ihr könnt hier gerne auf jeden Fall reinschreiben was ihr so gezogen habt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wir fangen einfach mal mit seltenem Goldset an, ich bin nicht so guter Dinge, ich bin halt gespannt was ich überhaupt ziehen kann, weiß ich überhaupt nicht. Oh auf jeden Fall schon mal ein Schlitz, schon mal nicht schlecht, ja wen kriegen wir? Frankreich, ZD, ähm und wir haben Enzonzi, okay ich kann mich nicht beklagen, ist okay, Enzonzi 83, ist okay. Ja und dann haben wir noch Rondon, Allegri, so das nehmen wir mit und Rest stoßen wir ab, brauchen wir nicht. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Leider nur Gold 1 geschafft, ja, bei den monatlichen. Gucken wir mal was hier kommt, kriegen wir wieder einen Schlitz hin. Tatsächlich, was ist denn hier los? Oh, in Inform Jungs, in Inform. Italien, Torwart. Alter, Kunseli 86, ist gut, ist sehr gut, ist wirklich gut, ist wirklich gut. Und Aspas 84, so was kostet der? 30, 40k? Jo, ist doch in Ordnung, ist in Ordnung, können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. So, das Pack ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, was haben wir hier noch, alles am Start, das kann alles weg, Leute, alles weg. Oh, meine Coins werden immer mehr und mehr. Ja, nächstes Icon kann kommen. Ja, na klar. So, letztes Pack und dann kommen wir zu diesem heftigen Gold 1 Pack. Gut, gibt's nur 5 Stück. Ich bin halt gespannt, wen ich da ziehen kann. Okay, war klar, kein Schlitz, ist auch in Ordnung. Ich würde sagen, also ich kann mich nicht beklagen. RV, klicken wir weg. Klicken wir weg. Oh, Jungs, ey. Ich bin so gespannt, wer da drin ist, wenn wir überhaupt alles ziehen können. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt da drin ist, Jungs. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Bail Suarez, das war's. Mehr weiß ich nicht. Und wir klicken, wir klicken, wir klicken, wir gucken nicht hin. Doch, wir gucken hin. So, komm. Also, Animation sieht auf jeden Fall fresh aus. Und ich bin gespannt, wen wir bekommen. Deutschland, ZIV. Okay. TAR, 84 TAR, ist okay. Der hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr kranke Werte. Ja, ich habe schon Deutschland gedacht und dachte mir, oh, oh. So, TAR. Ismaili ist auch nicht schlecht. Ja, kann man sagen. Ismaili, LV, könnte man eigentlich verwenden. Was hat er für Arbeitsraten? Mittel, Mittel. Ja, könnte vielleicht funktionieren. Dann haben wir noch Wright Phillips. Dann haben wir Aua oder sich wieder sich schimpft. Und einmal Nacho. Ja, Jungs. Könnte auf jeden Fall besser laufen. Ja, könnte besser laufen. Ich will mich nicht beklagen, meine Freunde. Ich will mich nicht beklagen. Das waren meine Rewards. Schreibt auf jeden Fall unten mal rein, was ihr so gezogen habt. Peklack, ich würde sagen, ist okay. Ne, ist okay. Schade, man hätte einen Tuck vielleicht, sage ich mal. Ein 86er wäre nicht schlecht. Ich will mich nicht beklagen. Ist alles in Ordnung. So, meine Freunde, das war's. Ja, ein bisschen Peklack hatten wir mit Kunsigli in Form. Und ja, das war's eigentlich. Ta, 84 ist okay. Könnte man vielleicht irgendwie Just for Fun irgendwo einbauen. Vielleicht in das PC abgeben. Werden wir sehen. Das war's von mir. Und natürlich, falls du noch auf dem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.